So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ähm, yo. Ach nein, nicht da. Genau, das wollte ich. Nein, das wollte ich doch. Wo ging das nochmal? Oh, ich hab so lange nicht gespielt, Leute. Na, da ist springen. Ähm. Ach doch, da. Endless sisters in diesem Level. Hey. Finde ich gut. Aha, nix, nix. Holig. Ähm. Bomben. Ach nein, warum dritte ich mal? Cave. Oder? Naja, da steht das nicht. Wo waren meine Aufträge? Konntest du nicht irgendwo lesen? Oh Leute, ich hab ein paar Jahre nicht gespielt. Wo muss ich hin? Doch, doch, doch. Hier war doch was mit diesen drei Aufgaben. Genau. Und das sieht leicht entflammbar aus. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Wow, leck. Aha. Ferry interessant. Oh. 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 Ey, nein, nicht schon wieder leck. Was geht denn jetzt, alter? Das hat nicht mal nur lecken, ey. Ja, toll. Das brennt das wieder wegen dem Fass. Aha. Na los, geh aus, danke. Hat mir das irgendwas gebracht? Irgendwas? Konnte man sich nicht drücken auf Steuerung? Schiff, nein, Steuerung. Es ging nochmal. Moment. Äh. Äh. Oh, wusste ich gar nicht. Ähm. Äh. 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 Ich komme auch ohne drücken weiter. Ah, ja, ich erinnere mich, Leute. Ich erinnere mich. Ich gehe gerade wahrscheinlich total falsch, aber es ist mir total egal. Warte mal denn eine Karte, oder? Ähm. Ich gehe jetzt einfach mal alle Tasten durch. Da war was. Ach, auf C. Ach, ich bin so ein Idiot. Auf C drückt man sich. Ja. Gab's noch irgendwas? Ah, ähm. Guter Junge. Guter Junge. Leuchtet das jetzt so extrem stark, weil ich in dem Raum bin? Moment, hier war doch genau da. Ja. Ja. Ich habe meine sieben Einheiten destilliertes Wasser. Ähm. Alle nötigen Bestandteile, gehe jetzt zu einer U-Invent-Station und stelle das Lazarus-Vektor her. U-Invent-Station. Okay. Wo haben wir sowas denn? Ähm. U-Invent. Da. Ähm. Würde ich sagen, wenn wir hier sind, da und dann da hin. Oh Gott. Ne. Wo habe ich das gemacht? Äh. Ich finde es nicht mehr. Maximal gut. Ah ja. Auf F ist mir die Dinge. Ah ja. Hä? Auf H? Ach, H und M. H und M ist das Gleiche. Okay. Ach, herauszoomen. Ach, das wollte ich. Also, der Pfeil zeigt eine rechte Richtung. Ich gucke, ne? Ich kenne, ich heiz. Das ist auch schön der richtige Zeitpunkt gekommen, um mal so herauszufinden, was man so, ja, bei der Karte machen kann. Ich meine, nur einfach, keine Ahnung, welcher Part hier, 25, nein, oder? Ach, keine Ahnung, ungefähr. 22, 23, ja, ungefähr, da so. Bin ich richtig? Ne, nicht wirklich. Alter. Von meiner Bühne! Stopp! Oh, chill! Oh, wow, ein Dollar getworbt. Oh, wow, Batral. Ach, jetzt bin ich auf einmal hier. Ähm, da. Ja, hier. Hey! Was bist du denn? Hier? Hier? Jo. Hier muss das sein. Oh, da leuchtet was. Was bist du denn? Oh, später Granate, schön. Kann ich dich denn zufällig nachladen? Hm. Huh, Evelink. Neues Tonicum, Evelink 2. Neul. Steigern Sie das Evel mit jedem Verbandskasten, in dem Sie das neue Evelink 2. Das ist natürlich cool. Ähm, Sicherheitskameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu ersperren. Ist jetzt nicht so nützlich. Und beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Na, das ist praktisch. Jedes Mal, wenn du etwas hacken, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und EVE. Das finde ich nicht so toll. Deswegen ersetze ich einfach mal das. U-Invent. Was hab ich jetzt davon? Jupp, den brauche ich, aber ich hack den. Und, ja, Karten. Ja, doch, ich hatte das. Ich muss schon echt sagen, das war jetzt schon ein bisschen schwerer, aber es ging noch. Vielleicht lasse ich es demnächst auch mal einmal drin, damit ihr einfach seht, dass das jetzt auch so ein bisschen schwerer ist. Ach, da steht der Hack, der ist mir gar nicht aufgefallen. So, was kann ich denn noch machen? Es ist cool, dass man ja so die Sachen zusammenfügen kann. Ein Autohacker. Ne. Ne, ne. Ja, herr, fliegt gerade mehr, nicht durch mein Zimmer. Du bist der stolze Papa eines Nagel-Neuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt sie doch den im Laden wieder. Okay. Na, 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 na. So. Hast du was für mich? Nein. Kein Fall mehr. Lass uns mal geradeaus gehen. Geht's denn nach Akkadia? Ladevorgang. Boah, wie ich einfach mal viel mehr Leben haben kann. Also hier Energie. Wie heißt das, wenn ich spiele noch mal? Gesundheit, genau. Ähm, als Eve. Eve hab ich voll wenig. Da muss ich auch mal wieder so... Beim nächsten Upgrade mach ich, glaub ich, mein Eve höher. Wobei ich Eve jetzt auch nicht so wirklich... Ja, ich brauch's ja eigentlich auch nicht, ne? Naja. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Und es bleibt keinen Sauerstoff mehr. Was will der? Boah, man versteht den Kerl. Er hat den Kerl gerade gar nicht verstanden. Und das ist mir so... Fucking scheißegal. Stirb! Stirb! Boah! Alter, wie viele! Wie viele! Boah! Stirb! Oh, noch mal. Ich achte auf meine Gesundheit. Und Verbandskassen. Die beiden Muni können ja so noch verbrauchen. Ähm, das. Nein. Panzerbrechen. Genau. Kommt her! PUM! Was, das ist ein One-Hit? Oh, chill, chill! Ja, genau. Hau ab. Ihr habt doch nur Schiss. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Kann sein, dass der In-Games-Sound gerade leicht leise ist. Ich denke mal, in der Uncut-Version ist da eine Leiche. Würde ich mal grob schätzen. Und da auch. Ist aber jetzt nur so eine Schätzung. Vielleicht ist es auch nicht so... Aber irgendwas anderes muss es ja geben. Aber ich muss jetzt auch nicht so eine Schätzung. Oder ich bin glücklich.